Die Lieder der Frühling kehrt wieder, es spielte der Hirte auf seiner Schalmei. Schalalalalalalala, es tönen die Lieder der Frühling kehrt wieder, es spielte der Hirte auf seiner Schalmei. Schalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Jetzt machen wir es mal als Kanon, wir fangen so versetzt an. Die erste Reihe hier gehört noch zu uns hier. Kanon, Kanon heißt es? Okay, also ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Wir sind mehr verstreut. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spielte der Hirte auf seiner Schalmei. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Wir sind so leise, dass ich nicht weiß, wo ich euch helfen kann. Wir machen es mal umgekehrt. Ja, ihr fangt mal an und dann macht ihr und dann... Bei euch kann ich dann den Weg wieder finden, wo wir sind. Besucht einfach mal Volumen, also die von euch, die wissen, wo wir sind. Das hier lauter macht. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielte der Hirte auf seiner Schalmei. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielte der Hirte auf seiner Schalmei. Es spielte der Hirte, der Frühling kehrt wieder. Es spielte der Hirte auf seiner Schalmei. Es spielte der Hirte, der Frühling kehrt wieder. Es spielte der Hirte auf seiner Schalmei. Es spielte der Hirte, der Frühling kehrt wieder. Es spielte der Hirte auf seiner Schalmei.